hallo hallo hoppa hippie haba ich wurde gebetet ein video zu bewerten von dem typen mit migrationshintergrund der jetzt momentan seinen lohn bekommen hat vom arbeitsamt und das soll ich bewerten und meine ehrliche meinung verkünden und das machen wir jetzt würde ich sagen und los geht's und los geht's Legen wir gleich los. Komm hopp 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 hopp. Jetzt hat er. Ah, da startet er schon. Das geht ein bisschen laut immer. In seinem roten Kittel. Jetzt. Ich lauf abends um 10 in mein Neber. Ah ja, jetzt hat er Arbeitsamt ja gelernt. Schon interessant. Ich glaube aber nicht, dass er beim Amt arbeitet. Das glaube ich nicht. Und wenn, dann müssen wir mal gucken, ob das erlaubt ist, dass er das macht. Aber das stehen ja sowieso scheißegal. Nein, nein, nicht richtig. Ah ja. Was mir auffällt, eher negativ ist, dass in dem Video größtenteils Migranten mit Hintergrund da sind, die anscheinend genauso wie er keinen Job haben. Das fällt mir auf. Das ist nur eine Sache, die mir direkt ins Auge fällt. Wo ich denke, das hätten wir besser machen können, als wenn es komplett aus dem Video draußen wäre. Auch er. Da freust du dich, ja? Ja, das verstehe ich. Oh, 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 oh. Da macht er einen brisanten Fehler. Einen brisanten Fehler macht er da. Also da droht ihm wahrscheinlich die Abschiebung. Also im direkten Heinflug. Da kann er auch im Flieger sitzen und sagen, Lohn ist da. Also, was ich jetzt bemerke, ist, dass er verwechselt, dass der Lohn vom Arbeitsamt kein Lohn ist, sondern eher eine Übergangs-, eine Überbrückungsmaßnahme. gell, zum helfen, gell. Und dieser Mann denkt jetzt halt, das ist sein Lohn, gell. Und im Hintergrund sind da auch ein paar, also da ist schon Chinesen, da ist schon ein Russen, ja, und da waren ein paar Afrikaner im Hintergrund, die haben wahrscheinlich die selbe Einstellung. Wenn wir so arbeiten in Deutschland, nicht wirklich nach vorne kommen. Wenn alle denken, der Lohn vom Arbeitsamt ist der Lohn, den man auch, wenn man schafft, kriegt, also da haben wir ein Problem. Aber ich schlage am Ende vom Video, schlage immer was vor. Ich kann mir vorstellen, wie es da weitergeht. Guck, da ist der Chines. Der ist wahrscheinlich ein Russ. Ah, jetzt freut sie sich, gell. Das Geld ist auf dem Konto vom Staat. Ja, das kannst du gerne auch nicht. Ob die erstens, haben die eine Genehmigung? Erste Frage. Zweite Frage ist, dass die auf der Straße rumspringen, rumkrölen, rumschreien und dann aber auch niemand von der Nachbarschaft mal runterkommt und sagt so, ab, hoppa, und stopp, hey, Achtung, hoppa, bitte. Haben alle Angst wahrscheinlich, dass sie da nicht ausflippen, die Batschagge da auf der Straße. Ich habe auch mal eine Situation gehabt, kürzlich, wo einer mit einem eher Dunkelkrater, also im ganzen Aufdrehen, dreht er auch von seinem Verhalten eher Richtung Dunkelheit. Und der ist auf mich zugekommen und hat gesagt so, wissen Sie, wie man zur Haltestelle danach, also zum Oberplatz kommt. Da habe ich gesagt, woher kommen Sie denn ursprünglich? Dann sagt er, oh, aus München. Dann sage ich, nein, nein, Ihre Wurzler. Sagt er, ja, in der Nähe von München. Dann bin ich so, oh, hoppa, hoppa, da verbirgt sich was dahinter, habe ich ihn darauf aufmerksam gemacht. Dann hat er gesagt, ach so, jetzt verstehe ich, auf Sachsen, sagt er zu mir. Dann sage ich, kommen Sie mal mit. Bin ich mit ihm in die Bahn, habe ich gesagt, gucke Sie mal in den Spiegel. Dann sagt er, was ist? Ich sage, ja, das frage ich Sie. Dann sagt er, ah, jetzt merke ich es. Sie haben gemerkt, dass Sie in Batschagge, also. Dann sage ich, genau. Dann habe ich gesagt, das ist aber nicht schlimm. Sie sind auch ein Mensch. Wir sind alles Menschen. Dann sagt er, ja, stimmt. Ich habe mich gerade ein bisschen gewundert, dass Sie mich mitnehmen in die Bahn. Und mir das zeigte ich so, natürlich. Aber ich bin hier, um zu helfen. Ich als Bürger. Dann habe ich gesagt, kommen Sie mit. Ich nehme Sie mit. Wohin? Ja, Richtung da vorne. Dann habe ich ihn mitgenommen. Dann sind wir erst mal gefahren. Dann gab es einen Busbahnhof, drei Ortschaften weiter. Dann habe ich ihn hier reingesetzt. In so einen Flixbus, der Richtung Russland gefahren ist. Da ist er rein. Dann habe ich noch gewunken, sagen. Vertrauen Sie mir. Fahren Sie mal. Jetzt fährt er immer noch. Jetzt schreibt er mir mal einen Brief und sagt, du, das war die Falschentscheidung, dass ich eingestiegen bin. Ich bin jetzt da und weiß nicht, was ich da machen soll. Und dann schreibe ich ihm zurück. Glaub mir. Hab Geduld. Bleib da. Ich komme bald. PS. Ich bin nicht dein Fahrer. Willkommen bei Ihrer Agentur für Arbeit. Wir bringen Sie weiter. Mich interessiert, ob die wissen, was da hier los ist. Verbindest mich bitte mit dem... Wenn Sie die Fragen rund um das Arbeitslosengeld 2 haben, auch unter dem Namen Herz 4 bekannt, drücken Sie bitte die 2. Bei allen anderen Anliegen die 8. Ich weiß gar nicht, warum die so traurige Musik laufen lassen. Ich bin gleich persönlich für Sie da. Danke. Sagst du Michael, dass der Ernst am Telefon ist? Wenn der Michael weiß, was da los ist mit dem Batschak da im Video, dann wird er gleich gucken, dass der Hahn ausgedreht wird. Sonja, bist du's? Probieren wir's aus. Sonja, hörst du? Sagst du Michael, dass von dem Batschak da man den Hahn zudreht? Sonja! Sonja! Wie lange war der Schleife? Aber gut. Ihre Arbeitssuchendmeldung können Sie unter arbeitsagentur.de... Hallo, ich suche nicht Arbeit, ich möchte was melden. Ein Batschak, den Klon ist das, was man vom Arbeitsamt kriegt. Und schaffen ist nichts wert, das ist das Problem. Die würde gerne persönlich heimfahren. Und ich meine nicht in die Riedlerstraße, ich meine heim heim. Bitte haben Sie noch einen Moment Geduld. Ja, hab ich noch, also hoppa, hippie, haba. Die trägst du auch kurz später an. Das war das Arbeitsamt, da wollte ich mal fragen, wie es aussieht, ob die wissen, ob dieser... dieser Mensch da im Video, ob der auch weiß, in welchem Terrain er sich da bewegt. Ist ja schön, dass er da glücklich auf der Straße rumtänzelt. Wie so ein gut gelohnt Batschak. Aber, obacht Jungen, der Ernst! An dem Kirch, da hätte ich gleich seine Tasche durchsucht. Von ihm und vom Chinesen und vom Russen. Hätte ich gleich mal geguckt, was an der Tasche ist. Guck, da ist ein Russen. Das ist ein Franzosen, glaube ich. Das ist ein Chinesen, daneben muss... Das muss ein Türk sein. Und daneben... Guck mal, der große Mann, also da bin ich auch vorsichtig. So ein Mensch, dann würde ich gerne auf der Straße. Packung Milch, Vollmilch, 3,5 Fett. Würde ich ihm so ins Gesicht rammen. Aber sowas mache ich nicht als Bürger, ich... ich melde das. Aber das ist mein innerliches Bedürfnis. Wer meint, es wird zu kurz, wenn ich so eine Scheiße sehe, dann könnte ich gleich verrecken. So kurz wird es denn. Du, das genießen. Also, ich sage mal so. Ähm... Wir haben die Sache im Blick. Wir beobachten das noch. Sie brauchen sich nicht... Sie brauchen keine Sorgen haben. Ich und meine Partei... Ähm... Werden uns darum kümmern, dass diese Menschen in dem Video also... also auf schnellstem Wege... Auf schnellstem Wege... wieder in ihre... Heimat... katapultiert werden. Also wir gucken, da ist sie wirklich in einem... in einem Tempo. Also... Hallo, hoppa, hoppa. Also... Und hip, und hopp. Also mitten im Augenzwinkern. Hopp, hopp. Und schon bin ich da. Hopp, 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 hopp. Und weg bin ich. Ja? Also ich habe nichts gegen die... Nicht, dass sie mich verstehen. Äh... Falsch verstehen. Ich habe äh... nichts gegen die... die... unsere Mitbürger, die aus dem Ausland... sich hier verirrt haben. Ja, habe ich nicht... Ich habe überhaupt kein Problem. Aber auch der Chinesisch rumgesprungen. Auch der Russ. Also bewegen können sich die Patsachen, Alter. Und hopp, und hopp. Und hopp. Und haba. Der Lohn ist... Darf ich gar nicht mitsingen. Wenn das die Parteimitglieder mitkriegen, dass sie mitgesungen haben, Alter. Dann habe ich ein Problem, ja. Wenn... Lohn ich da. Alter, du... Ich spreche bei Jackalanas.